Herzlich willkommen zurück zu Forests, nämlich zu einer kleinen Bonus-Folge. Mal gucken, wieviel es werden. Maximal weiß ich nicht, wie wir noch machen wollen, aber ich habe noch ein paar Ideen für Spürkes. Erstmal werden wir jetzt mal zur Yacht pilgern und auf dem Weg mal gleich gucken, wo wir noch die Pistolen-Parts, die alten, finden, weil die fehlen uns ja noch. Und dann fehlt uns noch was, gerade am Ende der letzten Folge, wenn ihr nach dem Kratz abgeschaltet habt, solltet. Da haben wir noch das andere Ende gezeigt. Da unten haben wir noch was entdeckt und dafür brauchen wir einen Key und den Key kriegen wir in der Yacht. Also das ist die zwei Sammlerobjektsachen, machen wir noch. Oder weiß ich, glaube ich, das Ding hat gar nicht mehr, welche alten Web-Parts wir jetzt haben. Steht ja dran. Ja, aber kann die Vicky uns da jetzt helfen, die fehlen uns zu finden? Das ist ja die Frage. Ich denke doch. Dafür ist es auch da. Ja, und wir machen noch keine Sheets an. Machen wir dann, wenn wir jetzt Sachen sammeln haben. Warte mal. Old Gun Flintlock Pistol. So, haben wir denn schon Gun Part 8. Wir haben Teil 7. Nö. Und Teil 2. Und Teil 3. Ach, hab ich nicht. Okay, dann müssen wir sogar hier im Norden erstmal was machen. Ich kann den Kompass nicht... Ich dachte, ich bin Kapparmer. Voll kaka für den Kompass. Äh. Das ist quasi oberhalb von dem letzten See des Games. Also ganz oben links. Da waren wir doch schon. Aber das ist nicht im Schneegebiet. Noch vor der Schneeklinze. Wir haben auch im Schneegebiet, wird es aufgesprengt. Ja, im Schneegebiet haben wir es aufgesprengt. Aber nicht daneben. Oder davor, oder was auch immer. Okay. Das ist im eingeborenen Dorf, was du auf der Karte gezeichnet hast, ist im Westen. Den müssen wir. Erstmal. Ich fange hier mal random Bäume um. Einfach so in Altersschwäsche gestorben. Jetzt ist es so die Frage, ob das mit Dynamie auch zu den gefallenen Bäumen zählt. Ich brauche noch 300. Mit Dynamie würde es wahrscheinlich nicht gehen. Können wir prüfen. Später. Später. Das war aber auf Absicht. Ja. Ich hätte gedacht, sonst finde ich keinen Punkt mehr, wo irgendwas ist, das mich annähernd downen kann. Und deswegen dachte ich, komm, dann hier. Wenn, dann hier. Sonst finden wir keine Stelle mehr. Wo mich irgendetwas bezwingen kann. Apropos, die Eingeborenen müssen noch aktiv sein. Also, mal gucken. Ja, Eingeborenen, Eingeschmorenen. Die esse ich zum Frühstück, die Kannibaren. Die sind ja nicht deaktiviert dadurch. Die sind immer noch on the loose. Also müsste da jetzt der andere auch noch hier irgendwo roben. Der andere auch Special. Ich glaube, durch Ende 2 haben wir jetzt auch hier irgendwo noch einen... Noch einen neuen Gegner. Noch einen? Ja, ich glaube aber auch nur einmal eine Version davon. Und zwar von der Entrollen. Die sind die selben Art, wie sie mecken. Hm. Nur halt nicht entbossed, sondern normal. So, hier oben ist Schnee. Also nicht hier. Hier oben ist auch nicht mehr wirklich See, sondern eher Fluss. Weiter nach Westen. Oh, ist es Ende der Map-Core? Oh, ist es Ende der Map-Core? Oh, ist es Ende der Map-Core? So. 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 muss das irgendwo in der Stelle sein Da unten, schaffst du Ja Teil 8 von 8 So, uns fehlt jetzt noch Teil 1 Teil 1, Teil 4 und Teil 6 Teil 4 ist auch hier im Norden Und zwar unten am Ende der Am Strand glaube ich irgendwo So, hier auf der Seite am Strand Also wenn du eine Linie von den eingeborenen Dorfen nach Süden ziehst Da an der Küste So, hier ist die Linie von der Küste Aber da haben wir schon was weggesprengt, oder? Ja, hier. Ja, aber da war doch nicht Teil 4 drin. Oder hab ich's nur nicht eingesammelt? Weil ich hab Teil 4 nicht. Ich hab Teil 4 auch nicht. Laut Vicky soll ja Teil 4 sein. In der Map her passt's auch. Vielleicht wird noch die Zahlen rumgeändert. Ja, kann sein. Wir lassen halt einfach das nächste aufsuchen. Gut. Das nächste ist dann angeblich Teil 5. Oder 5 haben wir schon. Teil 6 ist auf einer der Inseln außerhalb gewesen. Das ist ja auch noch. Okay, dann müssen wir doch alle Punkte abklappern. Ich weiß auch nicht mehr auswendig, wo wir jetzt da was unten hatten noch. In dem Fall müssen wir jetzt südlich. Alle anderen Teile sind südlich. Eins davon an dem See beim Sinkhole. Eins davon. Nein. Nein. Dann sind wir jetzt da mal. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was soll das sein? Das war's. Das ist auffällig. Das war's. 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 Ease lake a short distance from the edge of the cliff that goes down. Ease lake a short distance from the edge of the cliff that goes down to the edge of the cliff that goes down to the edge of the cliff. Seite 8, Seite 7, Seite 3, Seite 2, Seite 4, Seite 5. Also für nur Teil 1 und Teil 6. Was? Als ob wir das mit der Insel nicht gesehen hätten. Hä? The spring or trigger? The spring or trigger are gun parts. Da bin ich schon gar nicht drauf gekommen, oder? Ich sag's nur, weil du das gerade zu Fragen vorgelesen hast. Seid wir mal da echt blind oder? Wir haben das schon. Irgendwas ist auf der X switch gewonnen. Oh, da müssen wir eh zu jocht. Bei den Containern ist das die Insel, wo wir auch für die Höhlen waren, weißt du? Da haben wir das schon mal gesehen. Da war man schon blind. Ich bin auch so weggestorben, hat es nicht gesehen. Jetzt geht nicht was. Ich habe also die Mutanten doch abgestallt. Bestimmt. Gar keinen einzigen gesehen. Weil Stand nach Ende 2 spawnen die noch. Wir tun sie auf jeden Fall. Das ist die Insel da oben. Ne, wir müssen weiter hoch. Die Küste. Das muss schon auf die Höhe der Container kommen. Aber die da drüben können es natürlich sein. Ah, die hat mir das. Das ist das. Wir sehen uns ja gleich. Wir sehen uns ja gleich. Hier ist es nicht weggesprengt. Okay. Ich dachte wir waren hier mal auf der Insel, als wir die Dachse gesucht haben natürlich. Okay. Okay. Das passt wieder mit der Zahl. Ja. Ja. Dann ist halt irgendeiner im Inland. Ah, ich sehe wieder Kannibalen. Hat also nur kurz einen cool dargegeben. Ja, vielleicht so einen Tag, wo die nicht spawnen oder so. Ja. Für die 1 ist das vom Südosten der Map. Oben am großen Baum waren wir schon, ne? Ja. Dann müssen wir eh nochmal hin wegen der Keycard. Ja, genau. Das wäre ein Teil 2, den hätten wir vom Baum. Ja. 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 Jawohl da kommen sie jetzt rittet ab, bald könnt ihr uns gar nix mehr, dann haben wir Schiedsala, oder die Liete Typen, was, ja kann auch ein Zuhause, jetzt lasst uns mal in Ruhe Ah, ah 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 Das war's für heute. Oh! Blatsch. Hm. Hört's aber brennen, auch wenn's aus ist. So, du hast es eingesammelt, dann guckst du dich mal an unser Artefakt-Frage-Zeit. Mit dem Dödel kommen wir jetzt da in die Höhle rein, oder was? Ja. Mal kurz, äh, Tag machen, aber weiß zu spät dafür. Ja, ist doch egal. Boah, wir können mit Schietze dann eh, das auch noch machen, egal. Hm. Und jetzt noch in den Südosten, meinst du? Ja. Ja. Quasi dort, dann sind wir da. Und hier sind wir eingeboren und dort. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-d das war gerade Ende der Welt von Call of Duty 3 at World's End Achso, ja ne, da bin ich nicht drin, nehmt Soundtrack Das weiß ich, warum, weil die Drücken bin ich am besten von einem Call of Duty 3 das habe ich mir den meisten angetan Ja, ich habe alle mal gesehen, aber ja, keine Ahnung mehr so genau welcher welcher war Guck mal, das ist der Spawn, ey Oh ja, wir waren auch schon ewig nicht mehr Da, wo du die Passagier-Checkliste vergessen hast Ja, da kriegen wir was, was ich in meinem Leben vergessen habe Sooo Hier irgendwo müsste die sein Der Weapon-Part Da ist die Insel, ja, davon Das ist schon ein bisschen weiter entfernt Okay, wir gucken, das müsste kein Part 1 sein A short distance south of the main cannibal village near the edge of the cliffs Ja, ich glaube ich bin so weit Ja, ich glaube ich bin so weit ท便 hier bin, wo die auf der Hauptskoferste OFTEN 民宿 bye 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 Vielen Dank. Das ist hier im Osten des Main Canada Villages. Oh, dass der Typ auch nicht mehr so gut rennen kann. Das Bild ist jetzt auch ein bisschen gesitzter, aber es sind schon zwei Bäume auf jeden Fall. Okay. 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 Kombiniert. Da ist ja die Steinschlusspistole. Okay. Das war die erste Bonus-Folge erfolgreich. Da habe ich noch fehlende Sammelbikte nachgeholt. Da gibt es ja kein Schiff mehr dafür, aber ja. Ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Bonus-Folge. Bis dahin. Macht's gut. Tschau, tschau, tschau. Danniós. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018